Jo Leute, einen bombastischen guten Tag euch lieben Leuten und willkommen zu einer Runde Survival Games zusammen mit dem lieben Pac-Man. Hallo! Und ich würde vorschlagen, Jan, wir gehen hinter mich. Ja, okay. Okay, da sind nämlich noch ein paar Kisten. Wir gehen aber jetzt als erstes in die Mitte, Leute. Und hoffen auf ein paar gute Sachen. Oh, shit, Alter. Okay, ich habe einen Töfti-Knife. Wir benutzen übrigens das Steakpack, Leute. Also hinter dir will ich. Warte. Auch hinter dir. Oh, nee. Habe ich die Sachen? Nein, er hat sie verbrannt. Ich hüte gerade ein. Warte, ich hole die mir. Habe ich gebustet? Ja, er ist tot. Ich habe nicht so viele Leben, ja. Jan. Jan, hier ist ein Iron, da liegt eine Iron-X. Ja. Warte, ich gucke, gucke. Äh, warte, hier ist ein Crazy-Nator. Warum? Nee, ich habe nur einiges. Das ist ein Töfti-Knife. Ja, okay, ich auch. So ein, ähm... Nee, versteh'n. Jan? Noch Rüstung gefällig? Ja. Oh, nee, habe ich schon. Okay, warte. Hier ist noch was. Hier liegen noch ein paar Sachen, Jan. Oh, Jan, das ist ein Team, komm, weglaufen, weglaufen, weglaufen. Die sind viel zu gut für uns, Leute. Wir wollen jetzt euch nicht so ein Scheiß-Gameplay liefern, indem wir jetzt direkt verrecken. Deshalb gehen wir jetzt erst mal weg. Wir sind eh viel. Hm, was? Ich habe kein Essen, muss ich anmerken. Warte. Die kommen, Aron. Da kann noch hier Wind. Alter, hat mich angebrannt, Jan, weg hier. Jan, weg. Oh, viele. Das sind doch so viele. Ich fack. Wind, das sind wir keine? Ja, Aron, die gehen nicht auf uns. Sie gehen nicht auf uns. Ja, Jan, egal. Wir werden sterben. Ich weiß. Wir können noch ein paar Kisten looten. Sorry, Leute, dass wir jetzt weglaufen. Was ist? Ich habe so schlechtes Sieg, Alter. Oh, Jan, ich habe was für dich. Was denn? Ich brauche alles, was Schuhe und Brusten. Jan, wo bist du denn? Chain ist ja so gut wie Gold, also hier. Oh, ja, gut. Ich brauche jetzt noch meine Hose. Hä? Meine Hose? Äh, was ist das? Hä? Hä, Schuhe habe ich dir eben hingeworfen. Doch. Doch. Das kann man in der Aufnahme sehen. Okay, sorry. Hier laufen Goldhelm. Ja, da ist jemand mit Iron Chestplate. Warte. Ich glaube, der ist von seinem Team. Ja. Okay. Ich fuhle nur kurz was. Jan, ich lasse jetzt erst in Cockroachs holen. Okay? Okay, also, du machst Cockroachs und ich renne. Wir brennen. Oh, fuck. Teamfight. Okay, Jan. Wir warten jetzt mal ganz kurz und dann stauben wir mit ab. Jetzt abstauben. Alter, gibt der Damage. Alter, gibt der Damage. Der Eisen schlägt schon klar, oder? Ja, lauf Jan. Haben wir fast? Meiner ist nicht. Alter, der hatte ein Herz. Was, ein Herz? Der hatte ein halbes Herz bei mir. Und ich bin dann... Meiner hatte ein Herz. Meiner hat ein halbes und ich bin weggelaufen. Und dann hat der mich mal... Alter, scheiße. Jo, Leute, das war's dann mit dieser Runde. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Jo, Leute, willkommen in der nächsten Runde. Wir spielen auf Survival Games 4. Mein Bruder ist leider gekickt worden. Aber das stört uns jetzt. Jo, die nicht und er spielt einfach weiter dieses Opfer. Wir laufen direkt zum Hangar. Und klatschen alles, was uns in den Weg kommt. Raw Chocobo. Wir laufen direkt zum Hangar. Ich glaube, das hat aber auch jemand anderes vor. Also snacken wir den gleich. Ja, ich glaube, er hat's vor. Oder wir snacken ihn einfach direkt. Er ist tot. Er hat zwei Dier. Er hat ein Dier gehabt. Er hat ein Dier gehabt. Ich hab auch ein Dier. Und Stick? Nee, Stick noch nicht. Aber den kann ich ja im Hangar holen. So, ne, oder? Hm? Oh, oh, oh. Und hier ist. Okay, es ist noch keiner da. Ähm. Vieler meiden ihn ja, weil er ja halt diese Fall hat. Ich hab'n Stick. Aber ich find' den einfach voll OP. Und das ist auch gut so. Okay, ich mach' mir jetzt das Dier spät. Okay. Ich hab' den Rübsen kommen, ja. Was spielst du denn derweil, mein Bruder? Keine Ahnung. Ich hab' den Rübsen kommen, ja. Denn ich werd' ihn gleich wieder aus der Runde kicken, muhahaha. Wiesenma auch. Peck Wenn da nichts geئter ist. Okay, wir machen uns jetzt schnell das Dier schwert. so 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 geschafft ja schwer da holen wir uns jetzt die leute direkt ich habe da jemanden gesehen wenn wir gucken wo der ist alle 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 wo seid ihr denn gegner schieren hallo hallo immer doch nie niemand goldapfel und das blöd dumm dass das noch niemand gelegen noch fast alle ich glaube ich bin über 17 leute ja ich bin drüber hier ist ich werde es dann täte jan sagt mir mal irgendwie ein gegner oder so damit ich wenig damit sich zu langweilig wird und gegner ist da der mittel ist eine mitte nie dass uns begleitet 14 leute rechts von dir rechts von dir rechts von dir sind 333 rechts von dir sind da heute bei der brücke und bei hinter den steinen hat er eines von der brücke gefallen und der andere ist jetzt auch die brücke runtergesprungen aber die sind alle da unten und kämpfen ja alle richtig viele leben verloren das kann ich nicht so schnell kommen als ich bin ich bin ist es 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 ich bin es 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 ok an der tod ja beide tot alter voll iron jetzt alter alter ok leute wir haben ja nur gesagt ein gegner damit jetzt auch nicht zu langweilig wird und das hat sich auf jeden fall gelohnt denn jetzt habe ich noch mal zwei dias ich mache mit dir schon die hat er schwert machen wir die ja auch hier gibt es kein anderes was sollte ich auch mit dem machen ich habe noch mal ein goldapfel der schwerte zusammengestellt und zwar level auf beiden schärfers schild die spectator das was nicht du oder doch ich bin nach dem kopf rumgejumpt werfte unter dich aber in einer was bringt weniger xp doch das bringt genauso viel nein das bringt ja nicht weniger wird man zu microsoft oder so nachlesen aber ich hatte auch richtig wenig herzen weil die einfach richtig gut waren ja ich bin jetzt verloren und versuche jetzt hier rauszukommen und das einfach die erste runde nach dieser maschinen country und wir haben direkt ein dia schwert plus voll iron und ich bin nicht dabei ja ist aber gut dass ich die runde gemacht habe das ist bitte was denn was ist denn da habe ich nicht sagen also ich sag auf jeden fall schon es gibt ein team noch dann gibt es noch welche die kämpfen grad wieso komme ich hier nicht raus dann kommt noch jemand der abstimmen will ja es gibt noch ein team ja egal ich habe aber leider kein feuerzeug der eines voll chain mit ja wie komme ich hier raus besser lasst mich hier raus und kanalisation kommt ja genau stimmt ja das vergesse ich immer kann sie aber noch in ihr städt machen so sollte ich mir noch ein dia schwert machen logik ja kein problem komischen andeutungen ich hoffe ich hoffe ich laufe jetzt gerade nicht zum team ja mama ich bin gerade mit einer aufnahme aber ja 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 keine sorge du läufst nicht zum team oh ich hab die gar nicht mehr spekältet so bitter man jungen die verfolgen ich nicht die warten die kühne leben ok sie kommen ok haben sie die dampen über die bäume die sind aber richtig weit hinter dir ist jetzt die frage was mache ich sind fünf spieler noch das ist ein kopf geraten ich habe auf die falsche seite geholt geht kacke oh nein noch nicht noch nicht zwei herzen war richtig schlicht und was da denkt sich die kritik der kritik der kleine die aber hier weil er hat nun die baum gelaufen ist irgendwas machen die anderen machen ich habe keinen bock hier die meisten baumhaus weiß wo der frau muss ist ja ich weiß was ist aber was auf jeden fall ein team alle kisten wenn sie jetzt abdrehen ja sie drehen ab sie drehen ab sie sind so dumm ehrlich der andere bleibt stehen er ist so dumm ehrlich man ja also den effekt der läuft weg der feld beginnt in 30 sekunden ok er lässt sich in ruhe aber doch schneller hier steht wo denn er kommt er kommt er kommt er kommt wo denn sie sind doch alle ist gekämpft alles easy ich beobachte jetzt kannst du in dir kleine der mit arena das eine sind team das eine sind die einen sind die ja unten ja 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 was wir hier putzen oder so nee er gab dich nicht an richtig dumm er greift ich einfach nicht an ich habe beides verzaubert ja ja boogen alter der verliert das war die runde das war richtig krass ja ich musste nicht weit weg noch so schnell ich möchte ich möchte ich möchte es zu schnell ich wollte noch schreiben dass ich es nicht gesehen habe habe ich echt nicht leute was der hat fair geschrieben aber ehrlich leute ich möchte auch eine runde gewinnen ja du hast auch gekämpft ich bin ein bisschen aufgeregt aber also ich bin wirklich sehr dankbar für der runde gewinn ich bin jetzt ein bisschen weit weggelaufen ich glaube ich mache auch ein cut rein so ein bisschen ins weg laufen weil das halt ziemlich lange gedauert hat aber das war es dann dass euch nicht weiter stören wir haben eine runde gewonnen eine runde mit jan gespielt und dann sehen wir uns bald wieder tschau